Oh la la so sexy hat man Michael Wendler, 46, ja noch nie gesehen. Der Sänger schwebt mit seiner Freundin Laura gerade auf Wolke 7. Immer wieder versorgt die neue Flamme, dass sie liebt im DJ Interpreten ihre Follower in den sozialen Netzwerken mit heißen Fotos. Ob sich der Schlagerstar die verführerischen Posen seiner Liebsten jetzt zum Vorbild genommen hat? Nur in knapper Badehose bekleidet präsentierte sich Michael seinen Anhängern. Auf seinem Instagram-Bekam zeigte sich der 46-Jährige jetzt in enger blauer Schwimmhose im Meer von Florida und postete unter sein Bild, liebe Grüße aus den USA und einen schönen Start in die neue Woche. So viel nackte Haut ist man sonst ja eher von seiner 28 Jahre jüngeren Freundin gewohnt so zeigte sich die Schulabrecherin in den sozialen Medien zuletzt leicht bekleidet auf einer Harley. Bei seinen Fans sorgte der freizügige Schnappschuss des Wahl-Amerikaners für regelrechte Schnappatmung. So kommentierte ein Anhänger das Foto mit, wow. Der Body in der Buchse. Süße Träume. Was meint ihr zu dem halbnackten Gruß aus Florida? Stimmt in der Umfrage ab. So kommentierte ein Anhängern.